Die Stimme. Die Macht der Stimme. Die Magie der Stimme. Ah ja, was kann die Stimme nicht alles? Arno Fischbacher ist mein Name, Wirtschaftsstimmcoach, also der Mann, der zuständig ist, wenn die Stimme im Beruf gefragt ist, bei Präsentationen gefragt ist, am Telefon gefragt ist, im Verkauf gefragt ist, ach, im zwischenmenschlichen Leben gefragt ist. Und ich habe eine Empfehlung. Die Stimmkonferenz wird eine überraschend große Anzahl von Sichtweisen auf dieses wunderbare Instrument des Menschen werfen. Ihr könnt euch also in der Stimmkonferenz anschauen, was kann die Stimme für die Seele bringen? Was kann die Stimme für die Seele anderer Menschen bringen? Was kann die Stimme im Beruf? Ach, und was da noch alles an schönen Themen auf euch wartet. Ich lade euch herzlich ein, schaut euch das Programm an, schaut euch die verschiedenen Themen, Gesprächspartner der Frau Saalmüller an und ich wünsche jetzt schon gutes Gelingen, viele Anregungen und mein Wahlspruch heißt, Stimme wirkt, Voice, Sales. Musik